Die Teleclub Action Highlights im Februar mit den besten Stars des Genres. Jason Statham Ich habe nur ein Leben lang dafür gesorgt, dass Menschen sterben. Ich kann dafür sorgen, dass sie leben. Red Pit Die Deutschen nennen sie... Die Bars. Das ist ja mal eine nette Geschichte. Nein, 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 nein! Mel Gibson Fissen! Scarlett Johansson Glaubst du immer noch, es gibt eine Insel? Ein Freakshow ist das. Robert Delmey Jr. Ich bin hier größer. Ich bin der Beste. Mark Wahlberg Ich stecke in der Scheiße und brauche Hilfe. Russell Crowe Ich nehme an, ein bisschen Ruhe ist wohl zu viel verlangen. Und Keira Knightley Komm Sie, lassen Sie mich nicht hängen. Das war ganz schön brutal. Wie lustig. Das höre ich gern.